Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft, zum Let's Play von Minecraft von mir. Es ist ja jetzt Minecraft-Release seit dem 18. November oder so ähnlich, vor letzter Woche. Kommt drauf an. Kommt auch darauf an, wann ich das Video hochladde und so. Deswegen sagen wir mal, es kam vor einer unbestimmten Zeit raus. Jedenfalls dachte ich mir, mache wieder so eine halbe Stunde Minecraft bis, ja, 45, viertel vor. Und da wollte ich erst mal eine neue Welt machen. Falls ihr lieber weiter die alte Welt machen wollt, dann sagt Bescheid, dann schwenken wir natürlich um. Aber momentan mache ich jetzt hier die hier. Dann nennen wir die mal einfach Let's Play Welt. Dann nennen wir sie einfach nur Let's Play. Generating Level, Building Terrain. Und wir sind, äh, wir sind. Ich hab mir mal sagen lassen, dass das hier Pilz-Bio, wobei, das sieht hier jetzt ein bisschen doof aus, aber ich hab schon bessere Übergänge gesehen, um ehrlich zu sagen. Ist das hier jetzt Pilz-Bio oder nicht? Das sind jedenfalls Pilze und die Kralle-Schmier. Meine Pilze, 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 ganz zu blöd. Nein, mir nicht nicht. So, äh, packen wir die Pilze erstmal weg. Ähm, naja, falls ihr auch so, dass ich Musik im Hintergrund laufen soll, sagt einfach Bescheid. Und ich werde sehen, was man da machen. Ey, schaut mal, wie lustig das hier ist. Hell, nicht hell, hell, nicht hell, hell, nicht hell. Ey, hier sind ja die unterschiedlichsten Baum-Sorten. Hacken wir mal ein bisschen Holz. Naja, hacken, wir schlagen ein bisschen Holz. Wir hauen, 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 hauen. Hallo, Credix. Hallo, Pilze. Pilze, 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 Warte, 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 warte. Aber was spielen wir? Nochmal gut. Kann ich hier einfach so ab? Tatsächlich. Nehmen wir die mal mit. Wer weiß, wann man die braucht. Da ist noch eins. Ich bin zu blöd, um die Sprinten-Taste zu drücken. Das gleiche Problem wie immer. Wir haben hier kein Gestein. Das ist Pilspion, glaube ich. Gibt's hier auch irgendwo einen Berg, wo Steine rausguckt. Dass man sich nicht verbuddeln muss. Ist doch eigentlich eine schöne Gegend hier. Schäfs, äh, Schäfs, äh, nein. Schafe. Schieb. Hau, 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 hau. So guck mal, welche Schafgabe panisch wegläuft, damit ich soe. Ach, hier gibt's genügend. Gib mir Wolle, 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 ich hau dich mit Wolle. Bleib steh. Bleib steh. Bleib steh. Ich hau dich. Bleib steh. Dann werden wir aber erstmal hier ein paar Stickies, ähm, und keine Schz. 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 beim Hauen, damit wir bessere Sachen bauen können. Blub. Plub. Blub. Wie machen wir halt bis wir ungefähr 20 Cobbblestone haben? Sind ja jetzt 20 Jaja, was machen wir denn? Erstmal hier Das hier Dann machen wir noch ein paar mehr Stickies Dann machen wir erstmal auch ein Schwert Ja, ich mache alles ganz geordnet Bei mir muss alles geordnet sein Das hier und das hier und dann noch drüber laufen Pilze Habt her, Pilze Ich will Pilze haben Dabei esse ich gerade, äh, gerade überhaupt keine Pilze Aber wir tun so mal, als wären wir hier bei Mario Und wir größer werden und damit coole Jump-Animationen bekommen Ach ja, Holz, Holz, Holz Lecker Holz Hier stören mich manchmal einige Sachen Da kann ich ziemlich pingelisch werden Wenn ihr versteht, was ich meine Der Baum ist aber so groß Es hat so große Ohren Mal gucken, was sich da machen lässt Ob wir schaffen, ob wir schaffen Tatsächlich Da bin ich doch froh Als ich mit Minecraft begonnen habe Und dieses Lied gehört habe Das war überwältigend Als ich Minecraft richtig kennengelernt habe Als ich wusste, was Minecraft war Fand ich das schon saugeil Ich wollte es unbedingt haben Aber Das Gefühl Das erste Mal das gespielt zu haben War auch Jeil Um es mal Mal auszudrücken Nur ich befürchte Das Gefühl des einmaligen Erstmaligen Spieles Kann man, glaube ich, nur einmal bekommen Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern Wie ich da begonnen habe Und ob ihr es mir glaubt oder nicht Ich war zu blöd, um Eisen zu finden Kohle war für mich schon eine schwere Herausforderung Ach ja Bei Minecraft kommen mir wirklich die Tränen Weg damit Dann bauen wir hier unsere Hütte ran Dann Zack Kennen wir hier so Ach ja